Wenn ihr euren Punktestand in Flensburg schnell und kostenfrei abfragen möchtet, ist das Video genau das Richtige für euch. Mein Name ist Lewin Schneider, ich bin ADAC-Jurist und heute zeige ich euch die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr die Punkte per Smartphone abfragen könnt. Was braucht ihr aber zunächst mal, um das Ganze auch mit eurem Handy machen zu können? Zunächst benötigt ihr dafür ein NFC-fähiges Smartphone. Die Funktion kennt ihr vielleicht aus dem Supermarkt, durch das kontaktlose Bezahlen. Dadurch kann euer Smartphone die Daten aus eurem Personalausweis auslesen und euch somit verifizieren. Die NFC-Funktion haben mittlerweile auch alle Smartphones der neueren Generation. Das erkennt ihr üblicherweise an diesem Symbol. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schaut einfach mal in euren Einstellungen nach, ob ihr da vielleicht NFC aktivieren könnt. Ansonsten klickt in den Link in der Videobeschreibung, da sind alle kompatiblen Geräte aufgelistet. Außerdem braucht ihr einen Personalausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion und die Ausweis-App 2 zum Auslesen des Personalausweises. Mehr dazu, wo ihr auch diese Ausweis-App 2 herbekommt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal am Handy. Zunächst müsst ihr die Startseite der Online-Registerauskunft des Kraftfahrtbundesamts aufrufen. Den Link dafür findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Falls ihr dann nicht direkt bei der Punkteauskunft landet, scrollt einfach ein bisschen nach unten und klickt auf Punkte. Im nächsten Schritt müsst ihr euch dafür authentifizieren. Klickt dafür einfach auf den Button Weiter mit Bund-ID. Ihr werdet dann auf eine neue Seite weitergeleitet. Und die Bund-ID ist ein zentrales Konto zur Identifizierung von Online-Anträgen des Innenministeriums. Hier müsst ihr euch dann registrieren, um eure Auskunft digital zu erhalten. Das Ganze geht auch als Gast. Dann könnt ihr eure Auskunft aber nur per Post erhalten. Und das dauert natürlich wesentlich länger. Jetzt sind wir auf der Seite der Bund-ID und erstellen uns hier ein Konto. Klickt hier im nächsten Schritt Konto erstellen. Dann kommt ihr auf eine neue Seite. Da brauchen wir gleich unseren Online-Ausweis. Dann müssen wir hier nochmal Konto erstellen klicken und dann unsere Identifizierung auswählen. Das machen wir hier mit einem Personalausweis mit Online-Funktion. Da klicken wir dann wieder auf Weiter. Im nächsten Schritt müssen wir dann unsere Einwilligungserklärung abgeben. Im nächsten Schritt brauchen wir dann ein paar Sachen, um uns zu verifizieren. Auf jeden Fall unseren Online-Ausweis. Dann unsere sechsstellige PIN. Dann unser Smartphone, dass wir das Ganze auch auslesen können. Und die installierte Ausweis-App 2 auf dem Handy. Klickt jetzt unten auf der Seite Weiter mit Ausweis-App 2. Dann öffnet sich ein neues Fenster, denn euer Handy will jetzt die App öffnen. Und klickt da einfach auf Öffnen. Jetzt seid ihr dann in die Ausweis-App 2 weitergeleitet worden. Hier könnt ihr dann zum Beispiel lesen, wer denn eure Daten jetzt abfragen mag. Hier ist zum Beispiel der Anbieter dann das Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Das heißt, da wissen wir schon mal, okay, ein seriöser Anbieter, der das Ganze abfragen will. Und unten seht ihr dann noch genau, was für ein Lesezugriff denn angefragt wird. Zum Beispiel eurer Familienname, Geburtsname und die ganzen weiteren Daten. Dann wisst ihr auch, was ihr dann da preisgebt. Im nächsten Schritt klicken wir dann weiter zur PIN-Eingabe. Dann werden wir auf eine neue Seite weitergeleitet, wo wir jetzt unseren NFC-Scan starten müssen, um die Daten aus unserem Personalausweis auszulesen. Da habe ich auch noch einen Tipp für euch. Oft funktioniert es nicht mit der Hülle. Deshalb macht ihr am besten mal weg und probiert es ohne. Dann klappt es oft viel besser. Im nächsten Schritt müssen wir dann unseren Ausweis scannen. Da nehmt ihr am besten euer Handy. Legt es mit dem oberen Teil auf euren Personalausweis. Und klickt dann auf NFC-Scan starten. Da könnt ihr auch ein bisschen rumprobieren, ob der Personalausweis erkannt wird oder nicht. Könnt immer an verschiedenen Stellen sein. Deshalb probiert einfach ein bisschen rum, bis er erkannt wird. Klickt dann scannen. Und dann kommt hier bei mir Scannen erfolgreich abgeschlossen. Im nächsten Schritt müsst ihr jetzt euren Karten-PIN eingeben. Klickt noch kurz auf Bestätigen. Lasst euren Ausweis hier unbedingt unter dem Handy, denn im nächsten Schritt wird euer Ausweis nochmal gescannt und die notwendigen Daten ausgelesen. Ihr werdet im nächsten Schritt dann auf eine neue Seite weitergeleitet, wo ihr eure persönlichen Daten findet. Die könnt ihr hier noch ergänzen. Ich muss zum Beispiel jetzt noch meine Anrede eintragen. Das andere könnt ihr kontrollieren. Und klickt im nächsten Schritt dann einfach auf Weiter. Wenn ihr dann auf Weiter geklickt habt, könnt ihr noch eure Kontaktdaten eintragen. Hier tragt ihr eure E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer ein. Im nächsten Schritt müssen wir dann unsere E-Mail-Adresse verifizieren. Dann klicken wir einfach auf Jetzt Code erhalten. Dann wird an unsere E-Mail-Adresse ein Verifizierungscode gesendet. Dann geht ihr am besten kurz in eure Mails, sucht da den sechsstelligen Code raus und habt zehn Minuten Zeit, den hier in das Feld einzugeben. Wenn was nicht klappen sollte, könnt ihr auch einen neuen Code anfordern. Wenn eure E-Mail-Verifizierung dann geklappt hat, klickt ihr einfach auf Weiter und im nächsten Schritt könnt ihr eure Kontodaten vergeben. Da gebt ihr dann einfach einen Benutzernamen an, wählt ein Passwort aus und eine Sicherheitsfrage. Hat das alles geklappt, habt ihr euer Bund-ID-Konto erstellt und wir können direkt weiter zur Anmeldung klicken. Ihr werdet dann zu einer neuen Seite weitergeleitet, scrollt ein bisschen nach unten und klickt auf Anmelden. Bisher haben wir uns ja nur registriert bei der Bund-ID. Im nächsten Schritt müssen wir uns aber anmelden. Das heißt, wir müssen uns nochmal komplett mit der Ausweis-App 2 verifizieren und die Schritte nochmal durchlaufen. Ihr braucht für die Anmeldung also nochmal euren Online-Ausweis, eure PIN und euer Smartphone sowie die App. Dann klickt ihr auf der unteren Seite Weiter mit der Ausweis-App 2. Die öffnet sich dann wieder. In der App klickt ihr dann weiter zur PIN-Eingabe. Klickt auf NFC-Scan starten. Wichtig wieder, dass ihr Ausweis unten liegt. Das Scannen war erfolgreich. Dann geben wir unsere Karten-PIN wieder kurz ein. Und dann wird unser Ausweis wieder gescannt und die Daten ausgelesen zur Anmeldung. Und wenn das Ganze dann erfolgreich war, werdet ihr direkt zu einer neuen Seite weitergeleitet. Hier müsst ihr dann weiter zum Antrag klicken und kommt jetzt endlich auf die Seite vom Kraftfahrtbundesamt, wo ihr eure Punkte abfragen könnt. Auf der Seite der Online-Register-Auskunft seht ihr dann, dass eure Authentifizierung erfolgreich war und könnt nochmal hier eure Daten kontrollieren, die aus eurem Ausweis ausgelesen worden sind. Dann scrollt ihr ein bisschen nach unten, gebt bei weiteren Angaben eure Anrede an und klickt unten, dass ihr die Richtigkeit der Daten bestätigt. Klickt dann einfach auf Weiter im nächsten Schritt und dann könnt ihr aber wirklich durchatmen, denn ihr habt es endlich geschafft und auf der nächsten Seite findet ihr die PDF-Auskunft, die ihr euch runterladen könnt. Und in der PDF-Datei bekommt ihr dann endlich Auskunft, wie viele Punkte ihr in Flensburg habt. Und so sieht das Dokument zum Beispiel aus. Das Ganze kostet euch vielleicht ein paar Nerven, aber ihr habt das Ergebnis wenigstens sofort. Denn wenn ihr das Ganze mit der Post beantragt, müsst ihr natürlich erstmal wieder warten, bis ihr eine Antwort bekommt. Und wenn euch das Thema Punkte interessiert, dann schaut euch eins von unseren weiteren Videos an. Bis zum nächsten Mal.